Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Final Fantasy 16. Dann wollen wir mal... Ach ja, stimmt, wir waren ja hier fertig. Ähm, so weit sieht das ganz gut aus, dann haben wir ja nur noch hier ein paar Nebenquests. Bevor wir dann zur Hauptquest gehen. Oder? Doch, da. Guck mal. Ein bisschen was haben wir. Ach stimmt, der ist ja direkt hier vorne. Na gut, dann können wir auch erstmal da hingehen. Wenn er schon hier vorne steht. Ach, er ist schon wieder. Äh, was? Das mit Ravost, Schledons altem Dorf. Das mit den ganzen Schmieden? Äh. Das heißt, dass aus den Minen da in der Nähe massenweise Äther austritt. Okay. Und das Dorf? Hat jetzt eine Horde Akasischer vor den Toren. Alles, was dort kreucht und fleucht, soll sich verwandelt haben. Oder zumindest kurz davor sein. Okay. Sollte Massen hat das Dorf keine Chance. Die Leute brauchen Hilfe. Sehe ich auch so. Morris hat ein paar Flugbrecher losgeschickt. Aber ich fürchte, die werden das Ruder nicht rumreißen. So leid es mir tut. Wenn nicht bald was passiert, machen die da alles platt. Oh ja. Das werden wir verhindern. Darauf habe ich gehofft. Weiß Schledon Bescheid? Naja, bis jetzt noch nicht. Ich wollte ihn nicht beunruhigen. Soll ich es ihm sagen? Nein. Lass es besser. Gut dann. Ich kann hier nicht länger rumstehen. Ich muss was tun. Wir sehen uns in Dravost. Klar. Als ob der das nicht mitbekommt. Aber gut. Dann auf nach Dravost. Dravost steht also noch. Ja. Das ist schon mal gut. Zumindest. Noch. Hi. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Ei, ei, ei. Ich habe Schnoddy zum Nordtor hochgeschickt. Auf dein Wort macht er da alles dicht. Das sollte den Leuten genug Zeit geben, sich in ihren Häusern zu verschanzen. Gut. Ah, ja. Willkommen zurück. Sit. Ah, hi. So sieht man sich wieder. August ist es vorhin herausgerutscht. Ah, ja. Wer hätte gedacht, dass unser Dravost vom meistgeächteten Mann Valisteas gerettet wurde? Na. Können wir wieder auf dich zählen? Klar. Natürlich. Ihr habt wohl gedacht, ihr könntet euch davon schleichen. Oh, er schon wieder. Ich sag doch, er kriegt es nicht. Schnelldorn. Wo kommst du denn jetzt her? Die Späher haben mir gesagt, was los ist. Ach. Anders als mein bester Freund, der Geheimniskrämer. Hm. Soll das ein Witz sein? Wie wäre stattdessen mit einer Entschuldigung? Hör nicht auf ihn. Du hast getan, was du tun musstest. Für das Dorf. Das habe ich, ja. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Oh. Okay. Vulkan, unser Meister, wollte nur einem von uns das Dorf überlassen. Und zwar mir, dem besten Schmied in Dravost. Neben ihm selbst natürlich. Eine saudume Tradition, wenn du mich fragst. Begabte Schmiede sollten ihr Handwerk praktizieren und nicht den Deppen für alles in irgendeinem Kaff spielen. Vulkan hat sein Leben so verschwendet. Aber darauf hatte ich keine Lust. Oh, ja. Und du meinst, ich hatte da Lust drauf? Oh. Dravost brauchte jemanden wie dich. Mit mir und meinem blöden Idealismus wäre das Dorf doch eingegangen. Also bin ich weg und habe mich meinem Handwerk gewidmet, um euch die Konsequenzen zu ersparen. Nenn's ruhig Eigennutz. Aber ich wollte wirklich nur das Beste für das Dorf. Du hast dich vor deiner Pflicht gedrückt. Hm. Weil hier sonst alle verhungert wären. Genug. Wir haben keine Zeit dafür. Schlagt euch die Köpfe ein, wenn Dravost gerettet ist. Sehe ich genauso. Von mir aus. Mehr habe ich sowieso nicht zu sagen. Ah, ja. Ich auch nicht. Zwei Sturköpfe. Ich hätte mich nicht einmischen sollen. Na. Ich weiß, dass die Zeit knapp ist. Na komm. Aber gib uns einen Moment. Ich brauche einen klaren Kopf, bevor ein Akasischer kommt, der ihn mir abreißen will. Na. Ich bin soweit. Also dann. Bist du bereit? Du wolltest einen Augenblick haben. Ja, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Das ist wahr. Trotzdem sollten wir nochmal mit den Sperren reden. Ah. Diese Überraschungen können wir jetzt nicht gebrauchen. Ich will mich doch einfach nur reinhauen. Ne? Schledon, du und Sultan, ihr bleibt vielleicht besser im Dorf. Die Akasischen rücken an. Ach. Na los. So viel zu bösen Überraschungen. Ja, jetzt redet doch nicht so viel. Da draußen werden unsere Männer heillos überrannt. Wir ziehen uns hinter die Tore zurück. Ja, ich geh schon mal vor. Und ich die. Kommt rein, aber haltet eure Waffen bereit. Alles klar. Immer diese langen Gespräche. Wenn's hart auf hart kommt, kämpfe ich mit. Du hältst dich raus. Wir machen das. Sobald die Späher drin sind, verbarrikadieren wir die Tore. Ihr Schmiede bleibt in euren Häusern. Wenn ihr sterbt, ist keinem geholfen. Das stimmt. Aber jetzt los. Ich hab gesehen, was Akasische mit Rüstungen machen. Kräftige Schmiedearme reichen hier nicht. Für diesen Kampf seid ihr nicht gerüstet. Ich gehe zu den Minen. Okay. Schließ die Tore, sobald ich draußen bin. Ich halte sie auf, solange ich kann. Und wenn du es nicht schaffst, dann evakuiert ihr das Dorf. Aber das wird nicht passieren. Versprochen. Na los. Wollen wir's hoffen. Sorg dafür, dass das Dorf noch steht, wenn ich zurück bin. Wir geben alles. Okay. Und dafür lässt du dich auch nicht unterfliegen. Ach komm, jetzt hätten wir das jemals gemacht. Wir sind doch sowieso überlevelt. Ja. Ui. Was bist du denn? Na schön. Wer von euch will zuerst? Ah, alle. Dann geht's mir. Ja. 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 Die bereiten überall Probleme, ha? Na, vielleicht hätte ich mal da statt Dings reinnehmen sollen. Na, der ist auch ganz gut, aber... Das nur, weil mir von, äh, das Dings nicht gefällt. Von Ramu. Dieses Fortbewegungsgedöns. Beziehungsweise, der hat ja dieses Blitz-Dings. Na ja, mal gucken. Das ist ja eigentlich auch ganz in Ordnung. Ah, okay. Ah, ich bin mir nicht sicher. Da kommt noch was. Oh, wie schön. Komm runter. Eine Chimera. Ja. 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 Das war's. Okay. Ja, vielleicht ist es doch gar nicht mal so schlecht. Ja, geht doch. Ich benutze es einfach nur zu selten. Gegen einen Gegner ist das ja ziemlich gut. Nur gegen mehrere. Naja. Vielleicht. Eventuell. Ach. Ah ja. Oh, okay. Na dann. Wenn es das schon war. Ich habe gedacht, sonst was kommt da jetzt. Hat man sowas schon gesehen? Ja, ich schon. Du hast da draußen ja wirklich alles zu klump geschlagen. Die armen Viecher können einem fast leid tun. Was ich eigentlich sagen will ist, danke. Dravost wird nicht vergessen, was du heute getan hast. Ach, gerne. Der Fäden wird nicht von langer Dauer sein. Die Minen sind immer noch geflutet. Was bedeutet, dass jedes Lebewesen, das sich dorthin verirrt, wieder auf euch losgehen wird. Und wenn die Flut sich ausbreitet, wird Dravost? Naja. Ich fürchte, eure Tage hier sind gezählt. Das kann sein, aber wir bleiben trotzdem hier. Okay. Nirgendwo ist es mir sicher. Und abgesehen davon sind wir hier zu Hause. Wenn ihr meint. Tore im Norden und sorgen dafür, dass sie Tag und Nacht bewacht werden. Ah ja. Also gut. Ich denke, dabei werden wir euch etwas helfen können. Okay. Und zu dir, Schleedorn. Du hast Dravost geholfen, als es dich am dringendsten gebraucht hat. Ich danke dir. Und ich hätte mich nicht so rar machen sollen. Ich hätte mit dir reden sollen, bevor ich abgehauen bin. Ach, weißt du, selbst wenn. Ich hätte dir eh nicht zugehört. Wahrscheinlich. Der Leid hat mich geblendet. Ich habe mich immer abgerackert. Und für dich war alles ein Klacks. Dein Abgang hat mir dann den perfekten Vorwand geliefert, dich zu hassen. Ich habe nie so richtig drüber nachgedacht, was passiert wäre, wenn du geblieben wärst. Aber ich glaube, du hattest vorhin recht. Du hättest hier alles ruiniert. Endlich sind wir uns mal einig. Ich wusste, dass du es irgendwann einsiehst. Du warst Davosts Rettung. Wirtschaftlich vielleicht. Ja, aber... Hier ist nichts mehr, wie es mal war. Unsere Schmiedekunst war mal der Stolz dein Mechias. Jetzt produzieren wir hier jeden Tag den gleichen Müll. Nur weil es schnell geht. Und Geld einbringt. Hier geht es keine mehr ums Handwerk. Mit dem, was die Amateure hier schmieden, würde ich niemanden an die Front schicken. Ah ja. Ich habe versucht, besser zu werden, die Leute zu inspirieren, aber... Keiner hat sich drum geschert. Jeder Chorknabe hat mehr Leidenschaft fürs Schmieden als die Knallköpfe hier. Komm zurück, Schledorn. Damit Ravost sich erinnert, was einen echten Meisterschmied ausmacht. Ah, er hat schon ein neues Zuhause. Um mit dir wieder in einer Schmiede zu stehen, würde ich mich sogar an den Blasebald stellen. Kein schlechtes Angebot. Ich würde gern Ja sagen, aber... Ich fürchte, ich werde anderswo gebraucht. Wir brauchen ihn. Leute, die sich auf mich verlassen, die kann ich nicht hängen lassen. Ich verstehe schon. Tja. Das heißt aber nicht, dass ich nicht zu Besuch kommen kann. Vielleicht kriegen wir deine Knallköpfe ja doch wieder auf den rechten Pfad. Das klingt doch nach einem Plan. Sag, Schnelldi, er soll mich das nächste Mal reinlassen, wenn ich vor dem Tor stehe. Hätte er sowieso gemacht, wie ich den kenne. Ah, er. Schledorn, der Meisterschmied der Geächteten, setzt sich für Draavost ein. Ja. Dass ich den Tag mal erleben würde. Ende gut, alles gut. Das lief doch nicht schlecht, oder? Hier. Das lebt gut. Sid, ich hab hier was für dich. Ach, wirklich? Oh. Cool, danke. Was ist das? Der gebrochene Amboss. Ein Zeichen der... Dankbarkeit Draavosts. Wir haben mittlerweile so viele Zeichen. Ehrlich gesagt, habe ich noch was viel Besseres für dich. Ah, ja. In diesem Dorf wird seit Generationen der Entwurf für ein bestimmtes Schwert tradiert. Ah, ja. Mal langsam, Sultan. Dieses Schwert wurde seit Jahrhunderten nicht mehr geschmiedet, weil einfach kein Schmied das Zeug dazu hat. Du schon? Ja, deine Kohle macht erstklassigen Stahl und ich kann Klingenschmieden, über die selbst Odin nicht die Nase rümpfen würde. Aber die Gravuren auf dem Ding würden jeden Goldschmied ins Tollhaus bringen. Ah, ja. Und die gehören nun mal leider dazu. Hast du schon vergessen, was dich neulich erst nach Draavost gelockt hat? Aha. Ein gewisser Ring? Ich wusste, dass ich nie so gute Waffen machen würde wie du. Deshalb habe ich mich auf andere Metallarbeiten spezialisiert. Und ich sag dir was. Wenn wir beide zusammenarbeiten, stellen wir jeden Schmiedemeister in den Schatten, der je gelebt hat. Ah, ja. Weißt du was? Ich glaub, da ist was dran. Okay. Clive, wär's dir recht, wenn Sultan mit uns ins Versteck kommt? Klar. Natürlich ist es das. Solange er unser Geheimnis wahrt. Gut. Sultan, hol dein Werkzeug. Lass uns eine Legende schmieden. Ich krieg ein neues Schwert. Cool. Dann zurück zum Schief. Zum Geheimversteck. Ah. Die sind auch schon hier. Juhu. Ah, ja. Okay. Ja. Stimmt schon. Auch an Kamil. Am Griff verwenden wir seine Ledertechnik. Dann kommt der Stahl. Den schmelzen wir in den Kohlen, die Sultan dir damals überlassen hat. Mhm. Als nächstes schaffen wir die Klinge mit unserem importierten Wetzstein aus Übersee. Aha. Und um die Gravur kümmert sich der talentierte Sultan. Echte Gemeinschaftsarbeit. Unter der Führung des größten Schmieds aller Zeiten. Naja. Erst müssen wir das noch über die Bühne kriegen. Also. Ich wäre soweit. Dann mal ab an den Blasebalk. Ich dachte, du wolltest an den Blasebalk. Na, ich bin jetzt mal gespannt. Kneif mich mal einer. Wir haben es wirklich geschafft. Ah, ja. Darf ich auch mal gucken? Okay. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das Schwert aller Schwerter. Ragnarök. Gut. Mit Ragnarök werden wir ihn bestimmt besiegen. Ich bin sprachlos. Ernsthaft, Ragnarök. Gegen Odin. Ragnarök. Ja. Das hat uns gefehlt. Das ist hier mit die besten Schmiede der Welt, richtig? Was? Nein. Wir haben hier nur die Lehren der alten Meister umgesetzt. Ah, ja. Wenn wir Geschichte schreiben wollen, müssen wir schon mehr leisten als das. Aber auch das kriegen wir noch hin. Hier. Eine Materialliste. Ah, ja. Und ich hatten auf dem Rückweg von Dravost eine Idee. Mhm. Wir dachten, mit diesen Sachen da könnten wir ein Schwert schmieden, das sogar Ragnarök übertrifft. Eine neue Legende für den legendären Geächteten. Ah, ja. Ich bin neugierig. Ich nehme die Liste mal an mich. Ja. Ich wusste, dass dir das gefallen wird. Absolut. Ihr habt ja eine Legende, die nächste. Wie wäre es mit einem Umtrunk? Aufsteller eine Freundschaftsbande? Bevor ihr wieder an die Ambosse rennt? Das wäre doch super. Ich habe mir schon lang kein Bier mehr gegönnt. Endlich gibt es hier mal was zu feiern. Na dann auf! Zupf die Fässer an! Vulcans Jungs sind im Anmarsch! Auf, auf und davon! Und der Auftrag ist auch abgeschlossen. Ah, und Götterdämmerung Bauplan. Ja. Dankeschön. Gucke ich mir das doch mal an. Äh, dö, 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 hier. Oh ja! Oh ja! Wie war denn das nochmal mit dem Dings? Achso, ja, das war das. Irgendwie konnte man doch hier... Oder? Irgendwie konnte man das doch machen. Der Eintopf wird in letzter Zeit auch immer dünn. Ja. Wann das nochmal? Ach ja, das war das. Ich würde schon gerne mit dem Dingschwert rumlaufen. Okay. Äh. Briefe haben wir auch wieder. Können wir uns nachher drum kümmern? Hm. Irgendwie konnte man das doch machen. Irgendwie. War doch hier. Hm? Hm. 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 Das ist schon so lange her. Ach hier. Nee. Achso. Hab ich das nie gemacht. Komisch. Hups. Trotzdem. Das war doch hier irgendwo... War doch hier irgendwo... Da, ist aber klar. Äh, war das doch hier irgendwie? Hm. 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 Na ja, finden wir schon noch raus. Ach. Sie. Sie steht ja da. So, das ist irgendwo da hinten. Irgendwo konnte man das auswählen mit dem Dings. Ach, warte mal. Hier war doch irgendwo... Das machen wir. Die Dings. Da. Da ist es doch. Die Enterprise ist super. Hi. Ah ja. Vielleicht. Lass mich raten. Mehr Bomberasche? Nein, nein. Davon haben wir noch genug übrig. Ich arbeite an einer weiteren genialen Erfindung von MIT. Und zwar an einem Schmelzofen. Ah ja. Mit einer rückstrahlenden Verkleidung für zusätzliche Thermalamplifikationen und einem systemverwechselseitigen Austausch der Regeneratoren, die... Verzeih. Kurz gesagt, der Ofen wird verdammt heiß. Heiß. Viel, viel heißer als Schleedorns Esse. Da würde ich drauf wetten. Ah ja. Nur Mitrilantriebe werden heißer. Aber bei denen kommt natürlich kein Metall raus, wenn man Erz reinschaufelt. Heiß. Allerdings kommt nicht viel Material in Frage, um den Ofen zu bauen. Wir brauchen das gute Zeug. Das war mir klar. Wie ich höre, hast du Helena gerade erst was davon besorgt? Hilfst du mir bitte auch aus? Ja, warum nicht? Wenn er auch dem Versteck zugute kommt, natürlich gern. Oh, das wird er. Versprochen. Mhm. Also, was genau ist dieses gute Zeug, das du brauchst? Gute Frage. Ich habe ein paar Exemplare davon hier. Sphärische Echos nennen wir sie. Ah ja. Die fallenden Material. Natürlich. Ah ja. Wir haben so viele gesammelt, wie wir können. An den Rest kommen wir leider nicht heran. Das Problem, sie werden alle von ihren großen, starken Brüdern beschützt. Das war klar. Also sollen wir ein paar Ruinen besuchen, die Echos dort vernichten und mir die Sphären holen, die sie bewachen. Ja, das klingt... Ungefähr klingt das so. Uns fehlen nur noch drei Stück. Und ich weiß genau, wo wir sie finden können. Okay. Die nächste ist in der Nähe von Amber, in einer Ruine mit dem Namen Finnbrück. Mhm. Dann ist noch eine im stillen Rauschen in Dalmekia. Die letzte ist an der Ruine der Wiederkunft, in San Breg. Ah ja. Na dann. Wünsch mir Glück. Mach ich. Ich werde dir alle Daumen und Zehen drücken. Ah ja. Das ist viel. Aber gut, dann wollen wir mal. Gehen wir erstmal da oben hin, ne? Erstmal das weiteste. Ach, wie süß. Zehngel. Der hat da wirklich nichts näher dran gewesen? Anscheinend nicht. Okay. Hätte ja sein können. Na, Bomber sind natürlich auch hier. Wenn duaaast. Ja. Auf geht's? Also? Ja. 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 Ah, ich bin sowieso nicht richtig. Voll dran vorbeigelaufen. War gut, dass ich nochmal auf die Karte geguckt hab. Das soll da vorne irgendwo sein. Hier. What the hell da? Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß, das ist er. Jetzt muss ich nur noch die Sphäre finden. Ja. Ich glaube, die ist da vorne. Das ist sie. Jupp. Sehr gut. Fehlen nur noch zwei. Das stimmt. Ja, nehmen wir das als nächstes. Na, dann wollen wir mal. Auch nicht länger als sonst. Ja, vielleicht sollte ich das doch auch dann mal verwenden. Guck mal, da vorne liegt sie doch schon. Nummer zwei. Die zweite. Eine noch. Ja. Und die ist da oben. Oh, die Armen. Und natürlich noch mehr. Ja. Pass. Hier drüben. Schnapp dich. Da, der ist da. Da. Wir sind ja auch maßlos überlevelt. Ja. Sieh ich. Ja das musst du wohl voll überrascht haben. Das musst du voll überrascht haben. Lauf ich denn richtig? Ja doch. Ja. 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 Ach guck mal da unten wird's wohl schon. Ne doch nicht ein bisschen weiter aber wir sind schon da. Wir sind nah dran. Ja da müssen wir lang. Aber hier wird's dann wohl liegen. Ja. 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 Na da ist es doch. Drei Sphären. Juhu. Absolut. Dann wollen wir auch gleich mal zu ihm. Und ihm das gute Stück bringen. Juhu. Na, so schnell waren wir auch wieder nicht. Ja, absolut. Bitteschön. Ach, ich dreh durch. Ich danke dir. Oh, ich dachte schon, er hat sich die Finger verbrannt oder so. Die setze ich gleich in den Schmelzofen ein. Meine Güte, schreibe mir doch nicht so ins Ohr. Äh. Und nun präsentiere ich dir den Telamon-Ofen. Nicht schlecht, oder? Ah, ja. Sieht gut aus. Du warst mal wieder meine letzte Rettung. Aber dafür sollst du natürlich nicht mit leeren Händen ausgehen. Nicht? Ist schon gut, wirklich. Meine Tasche ist flexibel genug. Sag nicht sowas. Das gute Stück lässt sich sicher noch optimieren. Du könntest mir auch einfach eine größere kaufen. Ja. Wie sieht's denn mit der Schnalle aus? Ziemlich fest, das Ding, oder? Wenn wir die lockern, dann würde mehr reinpassen. Ach. Kauf ihm doch einfach eine neue. Mit meiner neuen Legierung nämlich. Dank des Telamon-Ofens kann ich sie endlich perfektionieren. Ach, wirklich? Die Metallmischung ist schön stabil, aber auch, Trommelwirbel, elastisch. Unglaublich, oder? Ja, ich kann's kaum fassen. Gut, wenn du das sagst. Glaub mir einfach, das wär toll, versprochen. Naja. Naja. Gib ihm doch einfach eine größere Tasche. Ja, woher soll ich denn das wissen? Ah, ja. Ah, ja. Ah, okay. Ich weiß zwar noch nicht, wozu, aber mir fällt schon was ein. Irgendwas, das den Leuten hier das Leben erleichtert. Na, dann mach mal. Dann mach mal. Irgendwann erfährt die ganze Welt von den Wundern, die du ermöglicht hast. Und deine Tasche ist nur der Anfang. Ah, ja. Gut, dann viel Spaß. Die Menschen werden unseren Augen nicht trauen können. Ah, ja, ja. Inventar maximal vergrößert. Das hört sich doch gut an. Du hast jetzt einen geräumigeren Trankbeutel mit noch mehr Platz für deine Mittel. Die Kapazität erhöht sich je nach Gegenstand wie folgt. Heiltränke von 6 auf 8, Supertrank von 4 auf 5, Stärketonikum von 3 auf 4 und Steinhauttonikum von 3 auf 4. Ah, ja. Edle Tröpfchen. Wenn die das sagen. Okay. Teilen hat es auch gerade gebimmelt. Äh, warte mal. Mach ich mal den Dings hier weg? Äh, ja. So. Dann speichern wir nochmal eben. Dann gucken wir beim nächsten Mal, wie das geht mit dem Schwert. Nö? Wir sehen uns dann hoffentlich auch wieder. Bis dann. Bye. In den Chroniken des Moss steht geschrieben, dass Valistea vom Licht der Mutterkristalle gesegnet worden war. Und jenes Licht unsere Ahnen letztlich aus der Dunkelheit führte. Doch sein Strahlen erweckte auch ein Verlangen. Ein Verlangen, das uns stets zurück in den Schatten der Kristalle lockt. Und so begann unsere Reise. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017